Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017